Einen kurzen, kleinen O-Ton, wenn es geht. Nichts Schlimmes. Ja, und hier sind wir wieder bei Nudo beim Fantreffen von Miros FX. Tommy ist bei uns. Wie nimmst du das so wahr, dass so viele Leute gekommen sind? Und ihr habt ja nur eine Facebook-Veranstaltung gemacht, ne? Wir haben das zwei Tage vorher angekündigt und es sind so viele Leute gekommen. Total krass. Ich hätte nicht mit so vielen Leuten gerechnet, echt nicht. Es waren ja schon über 160 Zusagen heute Nachmittag. Hat man dann schon irgendwie ein bisschen eher klargekriegt, okay, das können nicht nur 20 sein, sondern kommen mehr? Ja, ich dachte erst so, ja, 160. Davon kommen vielleicht 100 oder so. Aber es war schon eine mächtige Zahl, also auf jeden Fall. Ihr kommt ja hier im Schreiben und Fotos machen, ihr habt ja kaum eine Pause. Wir haben uns ja auch hier einfach mal so reingedrängt. Wie ist das so, dass man nicht mal durchatmen kann? Ja, was soll ich sagen? Also es ist eigentlich ganz cool. Es ist ja ganz locker natürlich. Wir sind ja extra hier hingekommen deswegen, also von daher alles cool. Ihr habt einen großen Erfolg. Ihr habt auch für Next Up beworben. Eure Videos sind auf einem sehr hohen Niveau. Wie glaubt ihr, wie groß ist die Chance? Bei uns schreiben die Leute, ja, das Ding habt ihr schon in der Tasche. Ja, also ich bin mal gespannt, ob es jetzt wirklich was gibt oder nicht. Aber im Inhaltlichen muss man ja irgendwie so ein Gefühl haben. Sagt ihr das eher, ja, das können wir rocken oder das geht schief? Also ich habe schon ein gutes Gefühl dabei. Aber man weiß ja nicht, letztes Jahr waren es auch manche Sachen, die echt gut fahren und haben dann trotzdem nicht gewonnen. Also ich bin mir da noch nicht so sicher. Okay. Erstmal dir vielen Dank. Wir machen was ganz spontan. Es war hier so ganz viele Leute. Hat irgendjemand mal eine ganz ausgefallene Frage an ihn? Dann bitte einmal melden. Hat keiner? Doch du. Halt mal gerne auch drauf. Die Frage wäre? Was würdet ihr dann machen? Also wenn ihr das wirklich gewonnen hättet, würdet ihr dann noch aufwändigere Videos machen oder würdet ihr dann so bleiben? Und also was würde da weiter passieren mit dem Geld und mit dem Equipment? Die Frage an dich. Okay. Ich denke mir immer, dass wir auf jeden Fall unser Equipment erweitern werden und versuchen natürlich immer besser zu werden, bessere Filme zu bringen. Alles klar. Vielen Dank. Wir drücken die Daumen. Bis zum nächsten Mal.